Das war mal Ende, oder? Nein, das ist so Toppippen. Sicher, frühbeginn. 16 Uhr. Wenn das Rade ist, filme ich, oder? Ich bin auch nicht gesteckt. 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 Hoffentlich haben wir in dieser Halbzeit aufgelacht. Aber hoffentlich nicht. Okay, Eric. Pass auf. Und der Aufroller hier? Ich bin auch nicht. Patzl. Geh! Ja, ist nicht drin, Adel. Ja! Wieso? Was wollen du jetzt? Schön, dass er hinkommt. Bitte trifft er rein. Ich bin schon erwischt. Ja, 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 ja. Ja! Und das war auch gerechtfertigt. Sicher, dass du schon mit den Händen kommst? Ich bin froh, wenn ich da zurecht komm. Ich will was zum Trinken. Die Mama hat eine Zitronenmelisse gekriegt. Eine Zitronenmelisse. Eine Zitronenmelisse wahrscheinlich. Und der Papa natürlich mit einem Bier. Herr Herbert, danke schön. Was hat er gekostet? Nein. Nein, dann laden wir das nix. Der Dominik hat gesagt beim Gehen. Aber den muss zahlen auch. Ist du geschehen worden? Nein, das war jetzt der Kling. Der ist nicht von der Expresso-Maschine, die sind reingegangen. Aber ich habe eh so viel Mühe wie möglich. Bitte schön. Das ist ja geschehen worden. Guck mal an. 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 Ja, bravo. Einmal geht's noch. Werden so Burschen. Komm, mach einen Blitzen, mach einen Blitzen, mach einen Blitzen, mach einen Blitzen. Aber du kannst wieder Jacken geben. Ja, ich auch. Das ist ein guter Huxler. Geh als wir abwerfen. Das ist ja kein Auto. Das ist ein Zustand, ich bin. Du bist so brav, ihr seid nie im Bett. Eben! 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 Was ist jetzt da? Eben! 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 Das ist eine Chance. Hoffentlich knicken sie jetzt nicht. Patrick! Das hat er auch mitgekriegt. Boah! Wiesel! Nein, ich will dir auch so. Reist du nicht normal? Warum? Warum? Wieso? Warum? Jetzt du bist zeig! Wir haben so eine Kette. 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 Er ist schon so alt. Der Kette ist immer. Haha! Ich glaube, das ist der Hammerbett. Manni! Na, das ist nicht so hart. Der Kuh! Herrlich! Ja! Ja! Bravo, Bursch! Auf geht's! Einmal geht's noch! Einmal geht's noch? Was schreiben wir? Auf geht's, Bursch! april! Jetzt schreiben wir, ein mal geht's noch! Einmal geht's noch? Einmal geht's noch, unmal geht's noch leicht! Einmal geht's noch, unmal geht's noch leicht! Ich maus aus stemmen! Heutzutage! Komm Frosch, komm! Komm Frosch, ey! Oh Gott! Frosch! Ja! 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 Das haben wir noch ein Bär. Wie viel steht ihr schon? Das ist ein Schatz! Nein, da! Die haben sie schon, gell? Die haben sie schon, gell? Was? Salzburg ist Schatz? Weiter! Schatz! Er wird ihn, er hat sich da gekriegt! Das ist jetzt eine Kräse! Ja! 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 Ja!